In den letzten Julitagen des Jahres 1914 beschäftigte die Menschen in Westfalen und Lippe nur eine Frage. Würde es Krieg geben? Die in den Krieg gezogenen Männer hinterließen Lücken in Betrieben, Fabriken und Höfen. Viele Bauern und Knechte waren Soldaten geworden, sodass nun Frauen, Kinder und Alte die Höfe bewirtschaften mussten. Überall wurde Kleidung genäht und gestrickt, wurden Geld und Sachspenden für bedürftige Kriegerfamilien gesammelt und Päckchen für Soldaten gepackt. Mehl, Eier, Milch, Fleisch, alles wurde knapp und die Preise stiegen schnell um das Doppelte und mehr. So sahen sich die Städte und die Regierung bald gezwungen, in die Lebensmittelproduktion und Verteilung einzugreifen. Man versuchte, Höchstpreise festzusetzen, an die sich viele Bauern und Händler aber nicht halten wollten. Hier bekam die Heimatfront erste Risse. Wer solchen Kriegsopfern auf der Straße begegnete, war schockiert. Ach, was für ein Mensch. Die Nase fehlte, nur zwei Löcher. Der Mund ein Fetzen. Der Arm schief nach links gerichtet, in fortwährendem Zucken begriffen. Hände und Füße von den Nerven in immerwährender Bewegung. Schrecklich, grauenhaft. Schrecklich, grauenhaft.